Wo geht's heute jetzt? Heute geht's nach Tauberlitz. Wir fahren auf die Molga und da fahren wir ein bisschen. Und das war doch richtig cool. Was sagst du dazu? Das wird ewig stark. Jetzt geht's los. Mögens und Stahl passt. Dessert So Leute, wir sind jetzt Hof Hauptbahnhof und wir fahren jetzt nach Tauberlitz. Und später machen wir vielleicht noch eine kleine Session am Pump Track in Hof. Die Anlage ist ja neu, ich glaube da kommt auch nochmal ein extra Video von ihm, hoffe ich. Und ja, ich würde sagen, wir sind dann, wenn wir dort sind und was essen, wichtig. So Leute, wir sind jetzt da. Ich weiß nicht, hier links sieht man es schon ein bisschen. Es ist auf jeden Fall geil, geht mies ab jetzt, hoffe ich mal. Und ja, da würde ich sagen, ich seh mich gleich ein bisschen was essen und dann geht's los. Servus Leute, in Tauberlitz, die Sprünge waren nicht wirklich fahrbar, deswegen fahren wir jetzt zum Pump Track nach Hof. Wir wissen, ich glaube, also wir wissen es nicht, aber wir denken, der ist beleuchtet. Ähm, das heißt, da könnte man jetzt auch ins Dunklenk fahren. Deshalb sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir beim Pump Track sind. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt beim Pump Track. Und es ist tatsächlich kein Licht da. Oder halt irgendwie zumindest nur sehr wenig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, ich sehe nichts. ich glaube die sind die nacht zu spät dran so wir sind jetzt im kleineren kreis und dann hoffe ich euch habt dennoch dieses kleine kurze video gefallen falls ja lasst gerne ein like und ein abo da würde ich mich sehr darüber freuen wir haben jetzt schon die 100 geknackt und geht immer mehr also ich würde sagen wir sind dann im nächsten video